Willkommen beim zweiten Kapitel, den Zahlzeichen und der Arithmetik. Auf dem Bild links sehen Sie das Grab UJ in der Nekropole um El-Quab in Abydos. Um El-Quab entstammt der ägyptischen Vorgeschichte und Frühzeit, also so 3900 bis 2700 vor unserer Zeitrechnung, wo eben die ersten Könige oder Pharaonen Ägyptens bestattet wurden. Der prädynastische Friedhof U ist dabei wahrscheinlich eine der frühesten Nakwada-zeitlichen Bestattungsorte Oberägyptens. Er geht bis in das frühe vierte Jahrtausend vor Christus zurück und umfasst so circa 650 von solchen Grubengräbern. Der Königsfriedhof wurde 1885 von Émile Amélineux entdeckt und bis 1899 weitgehend ausgegraben. Das hier abgebildete Grab UJ wurde allerdings erst in den 1980er Jahren durch das Deutsche Archäologische Institut freigelegt. In diesem Grab fand man unter anderem einige der rechts abgebildeten Täfelchen, die sind aus Knochen geschnitzt worden. Einige dieser Täfelchen enthalten erste Zahlzeichen, nämlich diese vertikalen und horizontalen Kerben und diese Spirale, die vermutlich ein Seil darstellt. Vertikale Kerben stehen wohl für die Einer. Horizontale Kerben dürften meistens für Zehner und die Spiralen beziehungsweise Seile für Hunderter stehen. So ganz klar ist das allerdings nicht, da auch Täfelchen mit mehr als zehn von diesen vertikalen oder horizontalen Kerben gefunden worden sind. Nicht viel später, noch in der frühdynastischen Zeit, finden wir dann bereits die regulären altägyptischen hieroglyphischen Zahlzeichen. Striche sind hier Einer, Bögen sind Zehner und dieses gekringelte Seil ist dann tatsächlich ein Hunderter. Das Zeichen für den Tausender soll eine Lotusblüte sein, die Zehntausend ist so ein erhobener Finger und die Hunderttausend eine Kaulquappe oder ein Frosch. Die Millionen ist das Bild des altägyptischen Gottes He, der da so die Hände hochnimmt. Das ist auch der Gott der Unendlichkeit und eine Million ist ja auch schon eine ganze Menge Holz. Obwohl sich diese Zeichen bis in die Zeit der späteren Reiche erhalten, muss man darauf hinweisen, dass sie insbesondere in späteren Zeichen lediglich als Schmuckschrift verwendet werden, so wie heute auch noch hin und wieder so römische Zahlzeichen verwendet werden, wenn man sich gerade besonders gediegen geben will. Die uns erhaltenen Quellen ab dem mittleren Reich verwenden das, was hier in der zweiten Spalte steht, nämlich die aus den Hieroglyphen hervorgegangenen sogenannten hieratischen Zeichen. Diese Darstellungen wurden dann nochmals weiter vereinfacht und ab der griechisch-römischen Zeit wird dann diese dritte Spalte verwendet, das sind die demotischen Zeichen. Über einige Umwege sind diese Symbole, zumindest die für 1 bis 9, dann in der Tat auch Vorläufer der heute gebräuchlichen indo-arabischen Ziffern. Allerdings ist das altägyptische Zahlzeichensystem zwar ein dezimales System, hat also als Eintauschzahl zwischen den Stellenwerten, kann man ja nicht sagen, also zwischen den Zeichen immer einen Zehner, aber es werden eben für die höheren Stellenwerte, die Zehner, die Hunderter, die Tausender, jeweils immer noch neue Zeichen eingeführt und nicht die Zeichen für 1 bis 9 einfach in so ein Positionssystem hereingegeben. Das hieroglyphische Zahlzeichensystem, in dem bis zur Schwelle 10 ja jeweils einfach die Einzelzeichen wiederholt hingeschrieben werden, also dieser Strich bis zu 9 mal oder dann der Bogen bis zu 9 mal und so weiter und so fort, das eignet sich wieder recht gut für schriftliches oder so abakusmäßiges Addieren und Subtrahieren, bereitet aber dann doch schon einige Mühe beim Multiplizieren. Betrachten wir hierzu eines der Probleme auf dem Papyrus des Armes. Was ist hier gerechnet worden? Nun, es ist 7 mal 2801 gerechnet worden und hier steht schon, irgendetwas scheint das mit Verdoppelung zu tun zu haben. Also wir haben erst mal 2801 verdoppelt ergibt 5602. Ja, das ist aber noch nicht 7 mal 2801, also wird das noch mal verdoppelt, ist 4 mal 2801, ist das Doppelte von 2 mal 2801 ergibt 11204. Ja, müssen wir es jetzt noch mal verdoppeln? Nein, weil dann hätten wir ja schon 8 mal 2801, aber wir wollen ja nur 7 mal 2801 haben. Und jetzt gehen wir hin und überlegen uns, naja, 1 plus 2 plus 4 ist 7 und 2801 plus 5602 plus 11204 ist 19607. Also ist 7 mal 2801 19607. Wir schauen jetzt mal ein zweites Beispiel noch an, das minimal anders aussieht. 11 mal 730. Wir nehmen die 37, verdoppeln die wieder, kommen wir auf die 74, dann verdoppeln wir es noch mal, haben wir 148 und 4 mal ist aber immer noch kleiner als 11, nehmen wir 8 mal, haben wir 296 und jetzt wieder noch mal verdoppeln, tun wir nicht, weil dann hätten wir ja 16 mal 37, brauchen wir nicht. Jetzt gucken wir, 8 plus 4 wäre 12, naja, das geht nicht. 8 plus 2 ist 10, aha, und 8 plus 2 plus 1 ist 11. Jetzt addieren wir 37 plus 74 plus 296 ist 407. Aha. Die Zeile, die hier nicht angestrichen ist mit der 4, wird da scheinbar nicht dazu addiert. Haben Sie das Prinzip verstanden? Dann halte ich das Video jetzt mal kurz an und Sie lösen bitte die folgenden Aufgaben, so ganz klassisch mit Papier und Stift am Zettel und dann kontrollieren wir gemeinsam das Ergebnis. Gut, dann wollen wir uns das mal anschauen, was da genau zu rechnen ist. Ich gehe mal wieder an meine virtuelle Tafel. Dann rechnen wir mal diese drei Beispiele. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass das auch ein bisschen schön hinschreibt. 1 mal 35 ist 35. Das ist noch nicht so verblüffend. 2 mal 35 ist wohl 70. 4 mal 35 ist dann 140. Reicht aber immer noch nicht. 8 mal 35 ist 280. So, 16 brauchen wir nicht. Da wären wir ja schon drüber. Müssen wir wieder gucken, dass wir die 14 zusammenbekommen. 8 plus 4 ist 12 plus 2 ist 14 und 280 plus 140 plus 70. 0 plus 0 plus 0 ist 0. 8 plus 4 ist 12 plus 7 ist 19 und 2 plus 1 ist 3 plus 4 ergibt also 400. Nächste Aufgabe. Nächste Aufgabe. 13 mal 45. So, dann schauen wir mal. Also 1 mal 45 ist natürlich 45. Jetzt wieder, wie ich das sehen, dass ich das in dieselbe Zeile schreibe. 2 mal 45 ist 90. 4 mal 45 ist 180. Und 8 mal 45 ist 360. Und jetzt brauche ich auch wieder die 16 natürlich nicht. Und schaue wieder, dass ich das zusammenrechne. 8 plus 4 ist 12 plus 1 ist 13. Also muss ich die Zeilen addieren. 0 plus 0 ist 0 plus 5 ist 5. 6 plus 8 ist 14. 6 plus 8 ist 14. Plus 4 ist 18. 4 plus 1 ist 5. Sind 585. So, und jetzt noch 12 mal 12. 1 mal 12 ist 12. 2 mal 12 ist 24. 4 mal 12 ist 48. Und 8 mal 12 ist 96. Und auch hier, da muss ich nur die 8 und die 4 addieren. So, also 48 plus 96 ist dann 6 plus 8 ist 14. 10 plus 10. 10 plus ist 144. So, wunderbar. So, jetzt war noch die andere Frage, warum es eigentlich geschickter ist, wenn man zum Beispiel 14 mal 35 hat. Oder man hat 35 mal 14. War, glaube ich, nicht genau das Zahlenbeispiel. Aber ist jetzt mal egal. Warum ist es geschickter, das hier zu rechnen als das? Na ja, sie müssen halt weniger oft, ist es leichter, die 35 ein paar Mal zu verdoppeln, bis wir bei der 14 anlangen, als die 14 so oft zu doppeln, bis wir durch die doppelte die 35 erreicht haben. Also hier würden sie deutlich mehr Zeilen benötigen. So, damit ist das geklärt. Vorne, also als Multiplikator, sollten sie immer die kleinere von den beiden Zahlen wählen. Wenn beide gleich groß sind, ist das natürlich ein bisschen gerupst wie gesprungen. So, aber warum funktioniert das? Ich schreibe jetzt mal hier was dran, das uns vielleicht auf die richtige Fährte führt. 1 ist dasselbe wie 2 hoch 0, 2 ist dasselbe wie 2 hoch 1, 4 ist dasselbe wie 2 hoch 2 und 8 ist dasselbe wie 2 hoch 3. Aha! Was sie hier machen, im Prinzip, ist, dass sie den ersten Faktor, also die 14, die 13 bzw. die 12, zerlegen in Zweierpotenzen. Sie schreiben hier also eigentlich die 14 als 1 mal 2 hoch 3 plus 1 mal 2 hoch 2 plus 1 mal 2 hoch 1 plus 0 mal 2 hoch 0. Und da hätten sie zum Beispiel bei mir in der Diskretmathematik gelernt, ah, das ist ja einfach die Darstellung im Binärsystem. 1, 1, 1, 0 im Binärsystem ist die 14, beziehungsweise bei der 13, beziehungsweise bei der 13 hätten wir 1 mal 2 hoch 3 plus 1 mal 2 hoch 1 plus 1 mal 2 hoch 0. Das ist also die 1, 1, 0, 1 im Zweiersystem und bei der 12 hätten wir 1 mal 2 hoch 3 plus 1 mal 2 hoch 2 plus 0 mal 2 hoch 1 plus 0 mal 2 hoch 0. Das ist also die 1, 1, 0, 0 im Zweiersystem. Sie können also sagen, das funktioniert, weil Sie a, die erste Zahl können, Sie finden hier überhaupt immer so eine Zerlegung, dass Sie das hier immer finden, also da, wenn Sie bis zur Untergrenze gehen, also höchstens bis 14 verdoppeln, finden Sie immer so eine Darstellung, dass das passiert, dass es diese Darstellung existiert, schreibe ich mal. Ja, die Darstellung existiert, das existiert, ja, das sichert der sogenannte Satz von der Stellenwertdarstellung. Den machen wir in elementare diskrete Mathematik bei mir zum Beispiel. So, und dass man dann so getrennt multiplizieren darf, also dass Sie rechnen können, 8 mal 35 plus 4 mal 35 plus 2 mal 35, wenn Sie eigentlich rechnen wollen, 8 plus 4 plus 2 mal 35, was ja dasselbe ist wie 14 mal 35, das sichert Ihnen offensichtlich das Distributivgesetz, dass das in Ordnung ist, so zu rechnen. Also plus nochmal das Distributivgesetz. So, damit haben wir es dann, aber das ist hier für die Erklärung, dass das Rechenverfahren immer funktionieren wird für die Multiplikation. Und wenn Sie mögen, finden Sie auch wieder unten direkt unter dem Video, beziehungsweise unter diesem Link ein Applet, mit dem Sie die Multiplikation auch berechnen können. Anhand der Lösung der Aufgabe 44 des Papyrus Rind kann man dann auch erkennen, dass manchmal tatsächlich auch verzehnfacht worden ist. Also Sie sehen hier 20 mal 75, 1, dann direkt auf die 10, kommen Sie auf die 750 und dann das wieder verdoppeln, sind Sie bei 20, landen Sie bei 1500. So, und haben das dann quasi direkt schon und jetzt nicht mit lauter Zweierpotenzen gemacht. Es funktioniert natürlich trotzdem, weil hier zerlegen Sie die Zahl eben distributiv immer noch, aber Sie nehmen jetzt Zweier- und Zehnerpotenzen und nicht mehr nur Zweierpotenzen herein. Es gibt auch noch eine andere Rechnung auf einem anderen Fragment, das ist UC 32, 160. Da gibt es dann auch noch wieder das Halbieren. Also Sie gehen erst auf die 10, dann halbieren Sie das und haben 5 mal. Also das gibt es dann auch noch, verdoppeln, verzehnfachen und halbieren. Ja, die interessante Frage ist ja jetzt, wie schaut das eigentlich mit der Division aus? Und da ist die verblüffende Erkenntnis, wenn Sie so eine Aufgabe sehen, der ägyptischen Division, können Sie gar nicht erkennen, dass das eine Divisionsaufgabe ist, weil das sieht genauso aus wie die Multiplikation. Schauen Sie mal hier. Hier ist ein Beispiel, wenn Sie ein ganzzahliges Ergebnis haben, also 1120 geteilt durch 80 rechnen, dann könnte das hier genauso gut die Rechnung sein, 14 mal 80. Weil, was ist hier gemacht worden? Naja, man hat überlegt, die 80, wie oft geht die denn in die 1120 herein? Gut, wir können schon mal verzehnfachen, dann sind wir bei 800. Jetzt verdoppeln wir aber nicht nochmal, weil dann wären wir schon wieder bei 1600, das ist zu viel. Also fangen wir mal klein an und sagen, okay, 1 plus 10 ist erst 11, das wird nicht reichen. Also verdoppeln wir die 80, dann erhalten wir 160, 160 plus 800 passt aber noch nicht, da sind wir erst bei 960 und wenn wir die 80 noch drauf rechnen, sind wir auch erst bei 1040. Okay, das reicht immer noch nicht, da müssen wir also den 2 ja auch nochmal verdoppeln, dann sind wir bei 4 mal 80 und das ist 320. So, jetzt rechnen wir 800 plus 320 und da haben wir halt Schwein gehabt, da kommt tatsächlich genau 1120 heraus. So, jetzt ist das aber auch ein bisschen easy gewesen, weil wir hatten ja ein ganzzahliges Ergebnis. Dann schauen wir mal, wie sieht das denn bei anderen Divisionen aus? Für Beispiele, wo wir ein Ergebnis haben der Form a plus b durch 2 hoch c mit a Element n 0 und bc Element n, ergibt sich folgende Lösung. Wir machen das mal bei 19 geteilt durch 8. 19 geteilt durch 8, also zweimal geht die 8 da wohl rein, dann sind wir bei 16. Vervierfachen geht nicht, dann wären wir schon bei 32. So, aber 1 plus 3, also 8, 24, das kommt auch nicht hin, das ist auch schon zu viel. Ja, dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig und wir müssen halbieren. Also halbieren wir jetzt die 8, da kommt 4 heraus. Das 1,5 schreiben die Ägypter allerdings nicht wie wir mit einem 1 durch 2, sondern schreiben natürlich dann damals deren Zeichen für eine 2 hin und machen darüber so einen Strich. Das ist also ein Stammbruch. Tatsächlich lassen sich bei den Ägyptern ausschließlich solche Stammbrüche finden, also ein Halb, ein Viertel, ein Achtel. Die einzige Ausnahme ist das 2 Drittel, da haben sie dann eine 3 mit einem doppelten Strich obendrauf. Aber sonst finden sie nur Stammbrüche beziehungsweise Reziproke. Gut, aber jetzt gucken wir mal weiter. Jetzt haben wir das ein Halb dazu addiert, das haut aber auch noch nicht hin, weil da würden wir ja auf der rechten Seite dann schon wieder 16 plus 4 wären wir bei 20. Also müssen wir auch noch ein Viertel nehmen von der 8, sind wir bei 2. So, jetzt hätten wir da 16 plus 2 ist 18, das reicht auch noch nicht. Jetzt nehmen wir also auch noch ein Achtel von der 8 ist die 1. Aha, jetzt geht es sich aus, jetzt streichen wir wieder links die Zeilen an, die wir tatsächlich aufeinander drauf addieren. Das ist 2 und das ist ein Viertel und das ist ein Achtel. Also ist das Ergebnis von 19 geteilt durch 8 2 plus ein Viertel plus ein Achtel. So, jetzt müssten wir das vielleicht nochmal eben an der virtuellen Tafel nachrechnen, ob das denn hinhaut, ob 19 geteilt durch 8 wirklich 2 plus ein Viertel plus ein Achtel ist. Schreiben wir das einfach mal um. 2 plus ein Viertel plus ein Achtel, ja Hauptländer ist vielleicht mal eine Idee, ne? Also sagen wir mal 2 mal 8 durch 8 plus 1 mal 2 durch 8 plus 1 durch 8. Das ist offensichtlich dasselbe wie 16 plus 2 plus 1 und das ist 19 geteilt durch 8 und 19 geteilt durch 8 löst natürlich die Aufgabe 19 geteilt durch 8. Kann man mit diesem Divisionsverfahren nun wirklich alle Divisionsaufgaben lösen? Naja, wenn er so blöd fragt, wird die Antwort wohl Nein lauten. Ich mache hier jetzt aber mal einen Cliffhanger. Die Antwort verrate ich im Repetitorium. Hier folgt jetzt erstmal eine Pause bzw. die berüchtigte Schnitzeljagd und dann geht es mit der ägyptischen Bruchrechnung im Kapitel 3 weiter. Beziehungsweise falls Sie noch etwas Zeit haben und Ihr Englisch auffrischen wollen, unter dem Video im Moodle finden Sie ein Bonusvideo, in dem David Reimer, Autor des Buches Count like an Egyptian, auf Fox News erklärt, wie beide Verfahren hier auf der Folie funktionieren. Und das sind definitiv keine Fake News.